Oh, das Schaf ist so süß. Ich bin gleich wieder da. Jetzt, wo es gleich losgehen kann, geht sie weg. Weil Simon ist ja jetzt da. Direkt unter uns. Und irgendjemand verschwindet da die ganzen Pfeile, die er hat. Und hat dann gleich für den Kampf keine mehr. Ach, kämpft ihr schon, oder was? Es hat doch noch gar keiner gesagt, dass es losgeht. Ey. Hast du immer noch den starken Bogen? Nein, das ist ein normaler Bogen. Ein normaler Bogen. So, dann reckt mal kurz. Weil dann, wenn der Kiefer wieder da ist, dann können wir auch loslegen. Weil dann haben wir es endlich. Und ich muss jetzt erstmal warten, bis ich auch wieder full life bin. Danke dafür. Danke dafür. Hast du was zu essen? Nö. Warte, ich gebe dir ein paar Ofenkartoffeln, damit du recken kannst. Da ist schon wieder ein Creeper. Ja, egal. Lass den ruhig mit drin. Das macht es ein bisschen spannender. Hier, da kriegst du ein paar Ofenkartoffeln. Dann kommst du mir die Kartoffeln rein. Es ist immer noch irgendwie verstörend, dass Alex jetzt gerade in meinem Texture Pack ein Bart hat. Hä? Und so Schmuddelklamotten sieht so ein bisschen Pennermäßig aus. Alex ist der Penner des Streams. Danke, ich bin der Penner des Spiels. Ich mach gar nicht mehr einen Screenshot, wenn du in meiner Nähe bist. Oh. Aber ich glaube, von hier sieht man das nicht mehr. Äh. Okay. Alles klar. Da gab's Creeper. Da gab's Creeper. Ganz vergessen, dass es funktioniert. Naja, Niki ist noch nicht da. Oh, da sind Erfahrungspunkte. Kati, die bleiben dann schön liegen. Das ist auch in eurem Gebiet und ich werde da nicht reingehen. Ich bin noch nicht im Größenwahn. Okay. Rüstung und alles, Rüstung und alles. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Niki endlich wieder da ist. Und dann kannst du losgehen, weil das hat ja irgendwie gerade immer so genau einer gefehlt. Ja, da. Yay. Okay. Wer zählt runter? Ach, Niki. Niki ist die Glücksfehlung. Hier, wieder ein Freiwilliger. Komm. Das ist gerade erschaffen. Nein. Das ist gerade erschaffen. Das ist alles. Das ist alles. Leute, seid ihr von eurem Plätzen. Seid ihr von eurem Plätzen. Ähm, ja, ich bin soweit auf meinen Plätzen, ja. Simon? Ja. Liegt ein Feuerfall in die Arena. Also, drei, zwei, eins, go. Schötet euch! Meine Ex bewegt dich. Simon kämpft natürlich wieder da hinten. Ich wurde zweimal getroffen und bin gleich tot. Hä? Ohne Rüstung? Ja. Habe ich aber auch bei mir. Oh. Oh. Wie irre, ist das eigentlich ein Freaker? Na ja. Okay. So eine erste Tote? Sie haben sich gegen mich verbündet. Schau, Alex. Nein. Ich hätte Simon zuerst. Ja, Runde eins. Simon Sieger. Durchcampen. So, Back. Äh, was? Back? Ja, mit Slashback kannst du wieder... Alter! Erikan Zombies! Arion? Kann ich nicht töten. Geht nicht. Geht gar nicht. Ich müsste mich als Admin setzen, damit ich das machen kann. Hey. Warum tötet ihr die Schafe? Sie haben euch nichts getan. Sie sind Zivilisten. Ja, okay. Hört auf euch... Hallo! Bitte nicht jetzt... Hallo! Bitte nicht zwischendurch jetzt hier irgendwie so... ...sonst was rumschießen, weil sonst dauern die Runden immer so unnötig lange, weil man dann erst wieder recken muss. So, wir haben jetzt einen Creeper im Wasser, das erschwert das Ganze noch da hinten. Das ist ein Bogenschütze. Ich habe nicht gewählt, das Wasser zu bekommen. Die Sonne geht auf. So. Sie sterben alle. Und Avery... Hi. Schön, dass du da bist. Und Niki ist jetzt AFK. Hi. Nein, mach mal! Ja, ich bewege mich halt nicht. Sie kennt mich. Oben ist noch ein Zombie auf dem Mauern, der wartet auch schon auf seinen Einsatz. Man müsste wirklich gucken, ob man hier in der Arena die Spawn-Rate vielleicht ein bisschen erhöhen kann. Also ich bin jetzt wieder voll. Das heißt... Jetzt ja. Wie schaut es bei den anderen? Da hinten zwei Zombies unten schön fröhlich rum. Das ist über drei. Simon, wie schaut es bei dir? Bist du voll? Alex, wie schaut es bei dir? Ja. Alles klar. Niki macht wieder den Anzähler. Ich esse gerade. Mach es trotzdem. Drei, zwei, eins, tot. Haps. Alles klar. Also eigentlich ist das hier oben unfair, weil das ist eigentlich die Arena. Das ist ein bisschen unfair. Oh Gott. Müsste ich jetzt eigentlich runterschubsen. Man darf die Arena nicht verlassen. Was denn jetzt ist das Spiel drin? Ich weiß noch nicht, wo es endet. Ja, das stimmt. Das fehlt hier. Na, jetzt regnet es. Sehr schön. So. Erschwerte Verhältnisse. Naja, gut. Moment. Erschwerte Verhältnisse. Moment. Ein Eikon geflogen. Oh Gott. Nicht das Ei. Oh, das Spinnen kommt auch noch hin. Ne, doch. Ne, schade. Na ja, es kann jetzt alles hinzukommen. Es regnet. Ja. Gebetet. Die Frage ist jetzt, wo ist Alex? Wow. Da sehe ich den Fall noch vor mir Gesicht her fliegen. Alex, stehen bleiben ist immer eine doofe Idee. Also diese Zombie-Falle da in dem Wasser, ne? Ist echt cool, oder? Ja. Wie passt auch schon drin? Damit steht es 1 zu 1 zu 0. Ich regge. Na, Alex kann mal hier hoch, damit ich was von seinem Aussehen machen kann. Was? So. So. Wenn ich treffe. So. Wo ist Simon? Hier vorne. Ich habe Angst, hier rauszugehen, weil sonst sterbe ich bestimmt. Ach, da ist Simon. Okay. Wie schaut es bei dir? Bist du so weit? Ja, was hat sie hier? Was hat sie? Oh. Sebastian hat so wirklich ein Ei reingeschmissen und es ist ein Huhn rausgekommen. Juhu. Ja. Okay, jetzt darfst du dich bewegen. Weil es guckt, es guckt lethargisch in die Gegend, während hinter ihm ein Creeper im Wasser schwimmt. Nein, ich fühle ein Herz. Ich bin runtergefallen. Das ist so traurig auch. Was ist jetzt das Hühnchen? Nein. Alex. Hast du den... Alles klar. Dann verteilen. So, dann Niki. Tun Sie ihr Werk. Drei, ein, go. Nö. Alex sieht aus wie ein trauriger Penner. Was? Ihr trauriger Penner? Nein, 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 nein. Der Holzfäller. Wie man das so sehen möchte. Oh Gott. Oh. Oh, oh, bist du in die Sorryfälle reingefallen? Ich stehe hier echt ungünstig. Weißt du, von vorne sieht man nur von den ganzen ganzen Alex. Mann, Mann, Mann. So, jetzt muss ich noch warten bis... Alex, du musst jetzt gewinnen. Wenn ich nicht selber vom Runterfallen sterbe. So, dann darfst du nicht so hoch klettern. Wehe, ihr schießt das Hühnchen. Dann komm ich dabei runter. Okay. Nein! No. So, alles klar. Jetzt kann ich auch per Bekt wieder dahin, weil ich will da nicht ins Kampfgeschehen. Erik, du hast Pfeile im Rücken und in der Brust. Ja, ich weiß. Das ist voll süß, was? Alex ist immer hochgespickt mit Pfeilen. So. Der PC wieder, oder? Nee, nee, nur Minecraft diesmal. Das sind irgendwie zu viele Leute. Ganze letzte Woche, kein einziges mehr abgestürzt. Wenn Simon jetzt die Runde gewinnt, dann hat er das Match für sich entschieden. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist Matchball. Dann ist Matchball. Oder Alex zieht nach. Also ich wäre soweit. Oh, ich bin so soweit. Ja, ich auch. Ich auch, jetzt. Okay. Erik, über dir ist eine Kuh. Wieder was Freiwilliges gefunden. Gleich habe ich das Gefühl, dass die Kuh hier dann wird. Ist alle fertig? Oh, der passt wieder aus. Okay. Das hast du dir angetan. Drei. Drei. Eins. Go. Okay. Okay. Also ich weiß nicht, wer das war, aber das war ganz knapp an dem Hühnchen vorbei, ja? Ey. Oh Gott. Nein. Doch, doch. Geh mal mit den Jungs Spiel da unten. Ey, da ist einer in der Falle und du gehst auf mich, was soll die Scheiße. Ja, klar. Oh Gott. Nein. Ey, du hast dich weggelegt. Lol. Nice. Hey, da hat jetzt irgendjemand, ich glaube, meine Sachen aufgenommen. Da ist ein Erfahrungskogel. Ey, ich bin dann... Ja, okay. Alex. Alex. Was? Warum tust du sie ihn nochmal töten? Der war schon tot. Der war schon tot. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass du gestorben bist, aber nicht, dass er mich hat. Nein, nein, du hast die Runde gewonnen, Alex. Du hast die Runde gewonnen. Jetzt ist mein Bogen weg. Jetzt ist mein Bogen weg. Ja, ich glaube, das hat der Adrian. Der schmeißt dir das da hin. Der Adrian, Adrian. Das ist nämlich ein netter. Äh. Ja. Ja. Das heißt, es steht jetzt 2-1-1. Der Creeper geht wieder so ein bisschen rumplanschen. Ich habe gerade Schaden genommen. Das war mein Äh, weil ich nicht verstehe. Ich habe durchs Glas geschossen. Ich war jetzt auch gerade verwirrt, warum ich auf einmal, ähm... Wieso kann der Fall jetzt durch sich denn so Glas fliegen? Weil das Glas ist ja noch alles da. Ja, das hat mich jetzt auch irritiert. Auf einmal habe ich mich bewegt. Fehlt da irgendwo eins, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist alles... Nee, dürfte nicht. Adrian, hast du noch einen Bogen für mich? Was ist das denn? Ja, hat er eine Hand, hat er eine Hand. Hat er einen Bogen? Ein bisschen angebraucht. Äh. Jo. Äh. Äh. Äh? Äh. Äh, meine Lämpfe... Hast du den Bogen schon wieder gekriegt, Simon? Mhm. Alles klar. Noch Pfeile? Ja, Gott. Also, äh, sorry dafür. Äh, ist nicht so schlimm. Ich habe ja Rüstung an und alles. Aber hätte das jetzt Niki oder so getroffen, das wäre, ich glaube ich, böse geendet. Ja, oder mich? Ja. So. Alex, wie schaut es bei dir? Bist du bereit? Ja. Gut, Niki, äh, ne, warte erstmal, Simon, bist du bereit? Ja, klar. Okay, dann Niki, tun sie ihr Werk. Und Adrian ist noch in der Arena und... Ist er die ganze Zeit schon? ...auch zum Abschluss freigegeben? Äh, äh, Schatzi? Oder nein? Der Thun ist immer noch so süß. Niki, bist du da? Ich würde das gerne Niki machen lassen. Die ist essen. Die ist essen? Ja. Ja, immer noch. Warum? Seist du in eurem Blut raus? Das gar nicht mitkriegt. Ja, wenn sie einfach in den Wirrwarr untergeht, dann darfst du vielleicht nicht nochmal irgendwie... Dann, Adrian, wenn du willst. Okay, dann, Adrian, darfst du go sagen. Also schreiben. Ja, schreiben. Du greifst bei 1. So. Na? Okay. War das jetzt ein Go? Ich weiß nicht. Nein, ein Go wird anders geschrieben. Würde ich auch sagen. Alles klar, da ist es. Ah, das ist... Da ist es, Niki. Ich hab wohl unter Feuer gehalten. Sieht doch voll schön aus, oder? Oh Mann, ey, mach doch mal Simon weg. Oh, wie süß, doch dein Herz gewonnen hat. Ja, toll. Wunderhebsch. Da fehlt noch einer. Ich umgedrehte eh nicht. Ja, wenn ich von beiden Seiten beschossen werde, werde ich mich hier auf dich konzentrieren, damit du nicht gewinnst. Ich müsste eigentlich spiegelverkehrt Go schreiben, aber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nö. Wann versuchen. Aber jetzt müssen wir warten, bis das Herz weg ist. Das O ist ja einfach. Ja. Jetzt kriegen die Arten weg. Alles klar, das bedeutet, Alex steht jetzt mit Simon zusammen 2 zu 2 zu 1. 2 zu 2 zu 1. 2 zu 2 zu 2? Was? 2 zu 2 zu 1. Simon hat zweimal gewonnen, du hast zweimal gewonnen. Und ich habe einmal gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht das nächste Spiel gewinne, ist die Runde vorbei, weil wir dann einen Sieger mit dreimal gewinnen haben. Mit drei Siegen. Genau. Weil drei ist dann so die magische Grenze. Also ich bin soweit wieder bereit. Also ich schieße nicht mehr in dieses Glas. Hab ich nur noch was zu essen. Kannst du auch lassen. Ist Niki denn jetzt wieder da oder nicht? Ja. Okay, gut. Dann kann sie jetzt auch gleich wieder anziehen. Also anzählen. So, entschuldigung. Aber erstmal ist jetzt die Frage... Alex, bist du auch da? Ja. Okay. Gut. Dann wird es wieder dunkel. Also ein bisschen schwieriger auch. Dann zähl mal an. 2. 2. 1. Go. Ich sehe wegen dem Regen halt gar nichts. Ich weiß wo Alex ist, aber... Ich sehe Simon nicht. Der versteckt sich wahrscheinlich in den dunklen Sachen. Simon, niemand glaubt an dich. Ich würde gerne. Ich sehe aber halt wirklich gar nichts. Hast du ihn wenigstens erwischt? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Nein. Boah. Fuck. Nein. Alles klar. Ja, damit haben wir einen Gewinner. Das war schön. Ja, Simon hat die erste Runde gewonnen. Ja, nice. Und ich sehe halt... Was? Ich habe jetzt gebrennt. Was? Ich stand weg von ihr, habe auf das Glas gezielt und habe sie getroffen. Das prallt manchmal ab. Prallt ab? Ja, ich... 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 Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich doch gerade schon durchs Glas erschossen. Na ja, angeschossen. Dass ich meine Rüstung dran habe. Sagen wir es mal so. Geht er weg? Ich bin weg. Warte, steht denn hier? Die Camper rasten aus. Er wollte. Ich habe einen Haken gemacht. Keine macht den Pöbel. Ich bin weg. Du Schelm. Okay, nice. Ja. Damit hat Simon dann... ...dieser Runde für sich entscheiden können. Aber es wird nicht die letzte Runde gewesen sein. Ey Mädels, ich komme mich zu euch. Hier hoch. Ich weiß jetzt noch nicht, wo du bist, Alex. Ich bin bei dir dran. Und jetzt. Jetzt der Rest, ne? Komm, Niki, Nathalie. Ich bin so länger mit. Alter! Ach, als ob. Ich habe 41 Level. Also von außen sieht man das nicht, was du hier drinne machst. Achso, schade. Äh, was? Was denn? Das große O, was sie hier rein geballert hat. Ja. Das sehe ich von außen. Das sehe ich von außen. Also ich habe es gerade nicht gesehen von außen. Ich habe das gerade angefangen. Das den Pfeil hast du gesehen. Ja, ich sehe es auch gerade. Oh, er hatte ich halt auch. Ja, okay, doch. Au. Also ich sehe Simon. Ich sehe Alex. Alex, du kannst hier lang, oder wenn du bei uns drin gewesen wärst, drinnen und dann direkt links. Da ist so eine Tür. Da wärst du dann auch oben bei der Tür. Oh, das habe ich nicht gefunden. Genau. Ja, richtig. Ja, irgendwie ist der Server gerade etwas, Leggy. Verstehe ich nicht. Warum denn? Also, ein Creeper explodiert und so circa 15 Sekunden später habe ich erst das Loch. Das ist natürlich ein bisschen spät. Oh, was ist dicke hier? Wolle! Katrin guckt sich in die Hand und sagt Wolle! Das sieht komisch aus. So, was machen wir jetzt? Das ist nämlich jetzt eine gute Frage. Was machen wir jetzt? In Minecraft jetzt fertig. Das End ging viel zu schnell. Wir hatten das End wirklich im Endeffekt. Wir waren einfach zu stark gequippt, würde ich sagen. Was? Wir waren einfach zu stark gequippt. Wo habe ich das Knochenmehl her? Ja, auch live. Die ganzen Bögen, alle verzaubert. Das war zu stark. Genau, ich habe hier unten meinen ganzen Kram. Du hast deinen Panzer abgelegt. Also, ich hätte noch Ströpen weiter zu ströken. Ivan? Mein Pfeil brennt immer noch. Das klingt über den Hasenbraten. Das war sehr, sehr knapp. Das war sehr knapp. Ich verstecke mich. Aber nichtsdestotrotz, die Frage bleibt bestehen. Ja, das ist eine Karte von unserem Anwesen und von der Umgebung. Sie ist nicht aktuell und schon beschädigt. Ja, aktuell ist die auf jeden Fall. Meinst du? Wobei, nein, stimmt. Wenn ich gerade bei Niki gucke, dann fehlt da was. Aber wenn du bei mir guckst, da ist noch gar nichts drin. Ich weiß nicht, aber nicht. Da muss noch einiges. Mal neu machen, ja. Ich glaube, das ist ein Zombie. Und? Oder Zombie? Und? Ich vergehen wir noch. Ist jemand bei uns in die Minen gegangen? Ich habe uns noch nicht auf die Bergkuh schießen. Genau, die Bergkuh muss da bleiben. Die ist seit Anbeginn der Zeiten da. Okay. Immer auf diesem einen Flex. Wenn die irgendjemanden tötet. Ich könnte mein Pferd wieder mitnehmen. Nein, das hat sich da jetzt eingelebt. Das gehört uns. Nein. Hast du noch nicht mit deinen Freunden drin jetzt? Mein Lieblingspferd. Ach, da oben die Bergkuh. Ja, stimmt. Aber warum hast du es denn da gelassen? Weil ich keine Lust hatte noch bis nach Haus. Oh Gott. Kleiner Penner. Geh weg. Dieser kleine Zombie hat drei verrottetes Fleisch geboren. Ich habe auch zwei davon gekriegt. Ja. Ich mach die da. Aber die Frage bleibt trotzdem, was wir jetzt machen. Ja, gute Frage. Also, das ist ja soweit jetzt durch. Wie ist das Ende? War auch das Ende. Das Ende. Das Ende aller Tage. Äh. Jetzt wird es nur noch das Let's Show geben, erstmal. Alles klar. Du kannst überlegen, was wir nächste Woche spielen. Stimmt, ja. Aber das würde ich dann außerhalb der Aufnahme machen für YouTube. Oder was genau. Das, die Leute fragen. Ja, trotzdem jetzt nicht in Minecraft. Genau. Aber ich habe Angst, dass ich von irgendjemandem erschossen werde. Und warum ich zu Hause bin. Ich habe keine Angst. Ich bin ja schon ein paar Mal gestorben. Könnte ich jetzt einfach so töten, das würde dich nicht jucken. Warum zum Teufel ist jetzt eine Katze und ein Hund in meiner Truhe? Was? In der Truhe? Die wollen eine neue Spezies machen. Oh Gott, ich sehe nichts. Schatzi, warum lässt du dich die ganze Zeit von Simon rumschubsen? Sie sehen, läuft die ganze Zeit in mich rein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich will ihn eigentlich erschießen. Der Golem sitzt so zusammen. Oh, du Opfer. Die Hund ist so kuselig. Ich schieße gleich einfach. Dann bist du tot, ne? Oder Erik. Er ist auch bei dir. Oh, da ist ein Diamantschwert. Ich gehe weg. Kein kurzen Moment. Schatzi, wieso schießt du mich an? Ich habe dich nicht angeschossen. Ich habe gerade nicht angeschossen. Das war nicht, Schatzi. Oh, nee. So, warte mal, Simon. Was habe ich denn jetzt von dir aufgesammelt? Ich habe, glaube ich, gar nichts. Erik hat alles, ne? Ja, der alte Luther King. Ja, stimmt. Doch, ein Eisenhelm. Könnte deiner sein, hier. Und das Fleisch. Ja. So. Alles klar. Holz, hast du Holz? Ach, keine Ahnung. Passt schon. Wir könnten ja eventuell... Trotzdem gibt es irgendwas anderes, was man mit so vielen Leuten auch spontan spielen kann. Sorry. Counter-Strike? Hat nicht jeder. Denn. Daher, dann können wir die Aufnahme jetzt in Anfangszeichen beenden und dann überlegen, oder nicht? Genau, weil dann würde ich an der Stelle sagen, für alle auf YouTube, danke fürs Reinschalten. Das war die letzte Folge Minecraft. So im traditionellen Stil. Ab jetzt wird es zum Let's Show umgestellt. Oder halt auch unregelmäßig am Sonntag mal zwischendurch. Einfach eingeschoben. Genau. Und... Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Da ist ein Creeper. Bitte vorsicht nicht. Nein! Adrian. Die Lampe und der Scheiß-Steak. Simon. Simon, das musst du wieder heile machen. Das... Ich backele eben mit dem Pfeil, ey. Ich mache hier gerade die Abmoderation und erstmal explodiert alles. Ich bin genau an Adrian reingerannt. Oder generell er ist an mich reingerannt. Und dann ist... Ja, wieso? Die Welt ist zu Ende, oder? Die Welt ist zu Ende, ab und dann nach uns das Chaos. Wir dürfen alles zerstören. Noch Chaos und am Chaos erschienen. Eigentlich wäre das nicht der Plan, glaube ich. Ich glaube, ich habe nur Steine, ehrlich gesagt. Feuer zu Feuer. Oder? Zack. Wir gehen mal eben zu Erik. So. Was tun sie da? Geh da weg, Geh da weg, Geh da weg, Geh da weg. Hast du schon fertig? Fackel es mir an. Warum nicht so du? Okay. Also nochmal... Ja, ja. Warte mal, Adrian. Komm her. Komm her. Ähm... Zip. 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 So. Das war das wieder. Neuer Versuch. Oder eher Ende der Abmoderation. Danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Das ist klar. Und man sieht sich dann im Let's Show wieder. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.